Kennen Sie die Wunderpflanze Miscanthus? Das ist eine der nachhaltigsten Frischfasern der Welt und Vepa hat es geschafft, mit ihr neue Maßstäbe im Bereich Nachhaltigkeit zu setzen. Nach jahrelanger intensiver Forschungs- und Entwicklungsarbeit ist Vepa Professional Ende 2022 mit Black Satino Green Grow einen wichtigen Schritt im Bereich nachhaltiger Hygieneprodukte gegangen. Mit Miscanthus setzen Sie auf eine heimische Zellulosefaser, die eine zukunftssichere und nachhaltige Alternative für die Produktion von Toiletten und Handtuchpapier bietet. Aber wie genau entsteht aus dieser Frischfaser Miscanthus ein innovatives Hygienepapier? Alles startet auf dem freien Feld unserer Partner. Auf den weitreichenden Plantagen wächst die Pflanze mit einer Lebensdauer von bis zu 20 Jahren jedes Jahr zu ihrer vollen Höhe heran. Nachdem das erntereife Gras mit Landmaschinen geerntet wird, lagert es in Hallen und wird anschließend zu Paketen gebunden, um für den Transport in die Produktionsstätten der Vepa bereit zu sein. Nach der Anlieferung im Vepa-Werk werden die Miscanthus-Strohballen zum Palpa hinauf befördert, wo sie mit Wasser eingeweicht werden, um das Material aufzulösen. Anschließend gelangt das aufbereitete Material gemeinsam mit Altpapierströmen in die Papiermaschine, wo die Fasern zu Papier verarbeitet und zu sogenannten Mutterrollen aufgespannt werden. Die unterschiedlichsten Produkte, wie beispielsweise das GreenGrow-Handtuchpapier, werden daraufhin aus den Mutterrollen hergestellt. Nach dem Verpackungsprozess werden die GreenGrow-Produkte über Förderbänder zur Palettierung transportiert und machen sich nun auf den Weg zu den verschiedensten Kunden in ganz Europa. Bei der Herstellung von Blacksatino GreenGrow wird auf zusätzliche Bleichverfahren verzichtet, sodass die natürliche Farbe des Miscanthus-Strohs erhalten bleibt und den nachhaltigen Charakter des Endprodukts unterstreicht. Aber wodurch zeichnet sich dieser nachhaltige Charakter von Blacksatino GreenGrow eigentlich aus? Schaut man sich die Fakten an, wird deutlich, warum bei GreenGrow von einer nachhaltigen und zukunftssicheren Alternative gesprochen wird. Lokaler Anbau, 65% geringerer ökologischer Faserfußabdruck, 30% höherer Faserertrag, erneuerbare Ressource mit minimalen Ansprüchen, frei von Schadstoffen und eine positive Auswirkung auf die biologische Vielfalt und Dermatest zertifiziert zur Gewährleistung der hygienischen Sicherheit. Mit Blacksatino GreenGrow bietet Weber Professional ihren Kunden eine innovative Produktlinie aus lokal angebauten Miscanthus-Fasern und Altpapierströmen. Bringen Sie jetzt mehr Nachhaltigkeit in Ihre Waschräume mit Blacksatino GreenGrow, dem Gewinner des PURUS Innovation Awards 2023 in der Kategorie Waschraumhygiene.